Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Spiel gegen TSG Hoffenheim. Dreh nach zwei Wochen Pause. Am Samstag geht es wieder los. Was habt ihr euch für das Spiel vorgenommen in Hoffenheim? Wir müssen weiter Siege einfahren. Wir sind in der Pflicht. Weil ich auch glaube, dass die Konkurrenz am Wochenende auch punkten wird, sind wir verpflichtet, auch weiter Punkte einzufallen. Es wird schwierig, weil Hoffenheim es in den letzten beiden Spielen sehr ordentlich gemacht hat. Gegen Wolfsburg, klar, 3-0 gewonnen und tolles Spiel gegen Gladbach gehabt mit 3-3. Es schießen also viele Tore und da müssen wir aufpassen. Klar, spielen gerne nach vorne und mit viel Risiko. Das wird auch uns Möglichkeiten geben, aber wir müssen halt auch aufpassen, dass wir nicht so viele Gegentore bekommen. Und das wird nachher so dann die Balance sein, um die es gehen wird. Selber offensiv zu agieren, ohne selber zu viele Chancen zuzulassen, also nicht selber zuzulassen. Das wird nicht einfach gegen diesen Gegner, aber nichtdestotrotz sind wir gut drauf. Gute Stimmung in der Mannschaft und ich glaube schon, dass wir was holen können. Dankeschön. Fürs Erste, Ihre, eure Fragen an den Trainer. Guido Ostrovski legt los. Wie sieht es bei Leo Bittencourt aus und wie weit sind Milos und Simon Terrode? Leo hat dort fast alles mitmachen können, hat sich nach dem Training auch ganz ordentlich gefühlt. Wenn er morgen dann die Einheit komplett mitmachen kann, dann hat er im Grunde genommen eine richtige Einheit ausgesetzt. So einen Tag ausgesetzt und dann wird er auch eine Option sein für die Anfangself. Bei Simon und bei Mats Lehmann haben heute auch alles komplett mitgemacht. Haben jetzt auch nicht so lange ausgefallen, eine Woche. Das ist bei Milos ein bisschen anders. Der hat ein bisschen länger ausgefallen. Muss man abwägen, auf welcher Position da auch gerade mehr Bedarf ist. Aber ich denke mal, dass zwei von den dreien oder einer von den drei auf jeden Fall mit dabei sein wird. Das ist bei Milos. Das ist bei Milos. Das ist bei Milos. Das ist bei Milos. Das ist bei Milos.